»Ja«, sagte Ferdinand, »dieser Schein spiegelt in mein Inneres hinein. Ich möchte sagen, ich fühle ihn wie einen Kuss in meinem sehnsüchtigen Busen.« »So ist es recht«, sagte der Alte, »nun lasst eure Augen nicht mehr herumschweifen, sondern haltet sie fest auf den Glanz dieses Goldes und denkt so lebhaft wie möglich an eure Geliebte.« Beide saßen eine Weile ruhig und schauten vertieft den leuchtenden Wächer an. Bald aber fuhr der Alte mit stummer Gebärde, erst langsam, dann schneller, endlich in eilender Bewegung mit streichendem Finger um die Glut des Pokals in ebenmäßigen Kreisen hin. Dann hielt er wieder inne und legte die Kreise von der anderen Seite. Als er eine Weile diesbeginnend fortgesetzt hatte, glaubte Ferdinand, Musik zu hören, aber es klang wie draußen, in einer fernen Gasse. Doch bald kamen die Töne näher. Sie schlugen lauter und lauter an, sie zitterten bestimmter durch die Luft, und es blieb ihm endlich kein Zweifel, dass sie aus dem Inneren des Bechers hervorquollen. Immer stärker war die Musik und von so durchdringender Kraft, dass des Jünglings Herz erzitterte und ihm die Tränen in die Augen stiegen. Eifrig fuhr die Hand des Alten in verschiedenen Richtungen über die Mündung des Bechers, und es schien, als wenn Funken aus seinen Fingern fuhren und zuckend gegen das Gold leuchtend und klingend zersprangen. Bald mehrten sich die glänzenden Punkte und folgten, wie auf einen Faden gereiht, der Bewegung seines Fingers hin und wieder. Sie glänzten von verschiedenen Farben und drängten sich allgemacht dichter und dichter aneinander, bis sie in Linien zusammenschossen. Nun schien es, als wenn der Alte in der roten Dämmerung ein wundersames Netz über das leuchtende Gold legte, denn er zog nach Willkür die Strahlen hin und wieder und verwebte mit ihnen die Öffnung des Pokales. Sie gehorchten ihm und blieben, einer Bedeckung ähnlich liegen, indem sie hin und wieder webten und in sich selber schwankten. Als sie so gefesselt waren, beschrieb er wieder die Kreise um den Rand. Die Musik sank wieder zurück und wurde leiser und leiser, bis sie nicht mehr zu vernehmen war. Das leuchtende Netz zitterte wie beängstigt. Es brach im zunehmenden Schwanken und die Strahlen regneten tropfend in den Kelch, doch aus den Niedertropfenden erhob sich wie eine rötliche Wolke, die sich in sich selbst in vielfachen Kreisen bewegte und wie Schaum über der Mündung schwebte. Ein hellerer Punkt schwang sich mit der größten Schnelligkeit durch die wolkigen Kreise.